Der Freitag präsentierte sich von seiner wolkenreichen Seite. Ab dem frühen Nachmittag setzte dann auch Schneefall ein. Und damit grüße ich euch zum neuen Wettervideo. Am Samstag fällt auf der Oststab immer wieder mal Schnee oder unterhalb von rund 400 Meter teilweise auch Regen. Die Spitzenwerte reichen maximal 0 bis 3 Grad. 0 Grad gibt es in Nähresheim, 1 Grad in Bopfingen, 2 in Ahlen und Ellwangen und maximal 3 Grad waren es rund um Schwäbischmund. Es weht außerdem auch ein lebhafter Wind. Am 3. Advent überwiegen die Wolken und teilweise kann es regnen bzw. oberhalb von rund 500 bis 700 Meter Schnee. Die Temperaturen steigen insgesamt ein wenig an. Schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.